Vielen Dank, Jackie Mursen! Wir werden das regeln hier drüben im Zelt, gleich kommen wir rüber. Aber bevor wir eine kleine Pause machen und dann zu euch zurückkommen, gibt es noch Musik von Mr. Chuck Berry. Dieses Jahr ist er leider vor uns gegangen, damit haben wir wieder einen großen Rock'n'Roll Begründer verloren. Seine Musik lebt weiter, Rock'n'Roll Music!